Ja, moin Schwabenchecker-Freunde. Ja, wir haben schon lange keinen Vlog mehr gemacht, weil es ist ziemlich viel los im Hause KFF Performance, Schwabenchecker.de und so weiter. Ja, deswegen haben wir gedacht, aber jetzt müssen wir mal wieder was machen, weil es gibt ein paar coole Geschichten. Ja, im Hintergrund fangen wir mal an. Einen schönen Jaguar haben wir gemacht, der hat unsere Keramik-Coating-Beschichtung bekommen, inklusive Felgenkranz, Felgenbett, Bremssättel. Und, ja, Dach wird noch gemacht, jetzt ist das soweit außen fertig, jetzt noch, wie gesagt, Scheiben, ein bisschen Innenpiko machen, Lederpflege. Und dann haben wir noch ein paar Dellen rausmachen lassen, dann haben wir noch Steinschlagschutzfolien neu drauf gemacht, unten an den Seiten, hinten an den Schwellern, weil die vergilbt waren. Ja, da gibt es ein extra Video, ein Zeitraffer-Video dazu, da werdet ihr das Ganze nochmal sehen, wie wir das ganze schöne Auto hier bearbeitet haben, jetzt fast drei Tage lang. Aber mega Ergebnis. Jo, wenn du mal rüberschwenkst zum Thema Renault Zoe Espresso Champagner Bar to go to mieten Projekt, lauft. Ein Freund, Joe, ist gerade da, der das Ganze ein bisschen mit unterstützt. Sieht man dann auch mal. Und auf jeden Fall mal danke dafür, fürs Helfen. Ja, dann versuchen wir jetzt gerade hier die Deichsel anzubringen, dass es TÜV-konform ist und sieht Ganze noch ziemlich katastrophal aus, aber es wird, ja. Stoßstange ist fertig lackiert, Heckdeckel ist fertig lackiert und, ja. Dann ist jetzt gestern unser Podest angeliefert worden, da sehen wir da hinten das Holz. Da kommt hier nur noch eine schöne Wand rein, ein Regal, dass es alles sauber aufgeräumt ist. Ja, so nimmt es dann alles seinen Lauf. Jo, gehen wir nochmal zurück zum Jaguar. Auf die schöne Seite noch. Ja, was steht noch an? Ups, jetzt habe ich fast mein Kabel rausgerissen. Nächste Woche kommt ein mega cooles Auto, ein M6 Cabrio mit Agrarpubitsch-Auspuffanlage in blau. Schönes blau, der kriegt auch Keramikbeschichtung, volle Lotte, mega tolle Felgen hat er drauf. Und dann unser Highlight, wir sind ja gerade an einem neuen Produkt dran, das haben wir hier. Deutschlandweit wird es nicht viele Betriebe geben, die 15 Jahre Garantie auf eine Keramikbeschichtung geben. Das ist feuerfest, steinschlagfest, kratzfest, man kann durch die Waschanlage etc. fahren. Und hat nach, von mir aus nach 10 Jahren den Effekt, wie wenn er jetzt wie hier frisch gemacht ist. Also das wird wirklich pico. Und dazu kommt dann auch nach dem M6 der M4 GTS. Den kennen viele, es gibt also das eine von 700 weltweit. Und der bekommt diese Beschichtung, der kriegt das volle Programm, auch mit Käfig innen drin etc. Was wir haben, wird mit dieser Beschichtung beschichtet. Also das wird schon eine Hausnummer, da dürft ihr euch drauf freuen. Das wird auch ein schönes Zeitraffer-Video geben. Joa, was liegt noch an, Luca? Hast du noch was im Kopf? Genug, ne? Einen Haufen Zoes müssen wir jetzt noch ausliefern. Wir kriegen neue Fahrzeuge, Tesla kommen mit ins Haus etc. Für die Seite der Elektromobilität, was wir noch haben. Und ja, jetzt würde ich sagen, schaffe, oder? Also, bis dann bleibt gesund in der Zeit. Bis die Tage. Ciao. Danke fürs Schwarmchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterenträumen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch drei Videos, wo ihr euch einklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald. Eure Schwabenchecker. Ciao. Ciao. Ciao.